Ich hab den eingenockt. Jetzt füllen wir den Pong und dann Hundehütte. Okay. Dann geh ich kurz, ne das Medi-Bag geht, schnappen, muss ich grad sagen. Schnappen. Let's go. Ja, mach das. Irgendwie liegt hier grad nicht so viel, Hundehütte ist auch leer, hab ich schon grad gesehen. Ach nein. Was denn? Ja, ich hab grad nämlich ein bisschen doof angestellt. Die drüben haben halt schon richtig viel Stuff. Ich komm mal zu dir. Kein Bock, dass sie mich jetzt direkt gehen. Ich hab nur Handfeuerwaffen gefunden im Haus. David Schweitzer sei gegrüßt. Eine Truhe ist noch im Haus, eine Truhe hab ich noch nicht. Okay, weißt du wo die ist? Ich weiß, welche hier ist, glaub ich. Glaub ich auch. Okay, soll ich da schon mal weiter rennen? Ja, kannst du. Bei der Tankstelle in die Richtung, da kommen Leute halt. Okay, weiß ich Bescheid. Immer noch, doch hier ist ne Waffe. Na endlich. Hm. Haben wir eine Waffe gefunden? Hm, die Typen von der Tanke kommen grad irgendwie nicht mehr. Wollen wir rechts rum gehen? Zu den... Ja, gerne. Zum roten Haus. Backsteinhaus. Yes. Ah, nehm ich den Bogen mit. Ja, ich nehm statt dem... Zack und... Zack und... Hier waren noch keiner im Haus. Ne, ne, das ist nur ungelootet. Sehr schön. Sehr schön. Hm. Ich sehe keinen. Ich auch nicht. Ich glaub die meisten sind tilted gegangen. Na also, ein Team ist auf jeden Fall hier gewesen, aber... Und? Joa. Soll ich mir einen davon nehmen, dann? Klar, klar. Zack. Danke dir. Wenn du die magst, kannst du die Waffe hier auch nehmen. Wenn du die... Haben möchtest. Joa, sag ich nein. Danke. Achso, achso. Okay, richtig. So, das Team, das müssen wir auf jeden Fall noch finden. Oh, der auf dem... Auf dem Haus? Das... Ne, übernächste Haus. So nicht das hier, sondern das da nach. Da ist jemand drauf. Ja. Das ist gut. Komm. Wieso kann ich hier oben nichts ran bauen? Ich würde gerne... Warte. Ja, das kenn ich. Das nerv ich mal hier. Zack, machen wir so. Oh. Oh, über uns. Eingenommen? Oh. Ja, nicht mit mir. Jawoll. War es dein Kollege? Ne. Doch. Guck mal, den Sauvertrag hat mir da... An... 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 Lächelt. Uhuhuhu. Darf ich den Memo bauen? Ja klar, gönn dir. Ich brauch den nicht. Dann hol du dir die anderen Tränke da. Nach oben liegen. Wollt ich mit den Minis? Weil ich kann das... Fast ehrlich gesagt. So, Prost, Freunde. Falt 100 Millionen Abonnenten zu 100 Prozent. Alles klar, ja. 100 Millionen Abonnenten. Hm? Dauert vielleicht noch drei Wochen. Die 100 Millionen Abonnenten-Challenge? Ah ne, erstens nicht. Oh, das fühlt sich gut an. So viel Power zu haben hier, den Trank. Komm zusammen. So, ich brauche noch irgendein Shotgun. Hab ich die eine gerade weggenommen? Nicht schlimm, ich hab schon wieder eine. Mit der hab ich auch direkt schon einen Kill gemacht. Die ist schon eingespielt, die. Und hier ist noch eine Truhe. Ja, ich hab auch noch eine Truhe. Ah ja, hier ist sie. Warte, ein bisschen mehr. Nee, ist zu essen. Boah, lecker Schlürftrank. Kannst du jetzt stacken? Nee, stacken nicht gerade. Kannst du kleine stacken? Nimm da, ich lass den einfach hier. Ach so. Ah, dann nehme ich mich so. Hm, aber hier war noch ein Team, oder? Eigentlich dachte ich, aber... Hm. Wenn da noch eins war, dann haben die sich gerade verkrochen. Die haben gedacht, uh, verdammt. Ja, die sind abgehauen. Zu krass. Oder sehe ich da noch wen? Nein, sehe ich nicht. Ja, hier liegt ein Päscher, aber... Dann lass mal die Lust eh weitermuchen. Päscher, pack mich so raus aus der Border. Ja. Dann lass mal direkt Tilted wieder da unten gehen. Da sind bestimmt noch welche. Let's go. Perfektes Abendessen, Schlürftrank mit Currywurst. Martin, du hast vollkommen recht. Oh ja, 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 ja. Das ist ein guter Vorschlag. Oh ja, lecker. Zuck. Der YouTube sperrt irgendwie bei mir die ganze Zeit hier irgendwelche Kommentare. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, Schockgang, Muni. Till, Till, Till. Ich habe nur 53 Rifle, Muni. Wenn du irgendwie 1000 Stück hast, nehme ich gerne welche ab. 72, ja. Ich kann dir... Ja, okay, da passt. Nee, nee, das ist okay. Ich habe nur 6, ich habe nur 6 Schuss für meine Sniper. Wenn du da noch welche hast. Leider nicht. Okay. Mal schauen. Holz ist auch nicht so viel da. Hm. Ja, ich habe auch nicht viel Holz. Hast du den Sprung auch geschafft? Ja. Sehr nice. Guck mal, die haben eine Brücke da drüben gebaut. Da hinten springen auch welche. Ich sehe da hinten einen. Bei 270. Ganz hinten bei der Lagerhalle. Bei der Silbernen. Da war eben einer. Der ist runtergesprungen. Okay. Willst du hin oder lieber ein Tiltet schon? Noch einmal kurz Tiltet. Achter, ich sehe einen. Ich sehe einen. Ich bin getroffen. Ah, ich hätte höher schießen müssen. Hast du getroffen? Nice. Ja, ja. Aber es war kein Headshot. War auf dem Dach drauf? Hashtag Road to 600 Likes. Ja. Aber die sind schlecht. Und, aber sie treffen mich trotzdem. Man kann auch schlecht sein und mich trotzdem treffen. Darf ich auch? Nicht schlecht. Kann mit meinem Rifle nicht viel machen. Ah, ich stelle mich aber auch gerade doof an. Hat den einen genockt? Okay, willst du schon mal drauf pushen? Ja, kann ich. Der ist schon ein bisschen weiter weg, aber... Ich geh mal hin. Ja, beim Bodenrennen auch noch andere gerade. Oh, das ist der. Oben drauf. Ja, der ist der eine, das runtergesprungen hat. Oh, da kämpft auch noch ein anderes Team. Okay, dann ja. Das sind dann mehrere. Ja. Ja, ich hab zwei. Nice. Da ist noch... Von oben. Hier oben sind keine mehr. Ja, ich hab ihn niedergesteckt da oben. Aber... Er hat noch einen Mate irgendwo. Irgendwo, genau. Wo ist sein Mate? Wahrscheinlich bei ihm ja. Ich höre ihn. Der auch. Der ist bei mir, glaube ich. Hab ihn. Oh, schön. Okay, aber da oben muss ja noch jemand liegen. Oh. Genau, genau. Komme. Hier liegt... Komm her. Guck mal was ich für dich hab. Wenn du das schon so sagst. Ich nehm dir mal... Ich hab dir die goldene gegeben und ich nehm dir die... Oh, dankeschön. Der Ding ist da. Jo, ich brauch nur noch mal Schuss irgendwie dafür. 22 Schuss. Warte, hier. Oh, ja. Oh, schön. Ja, da... Hier liegt ein Nate-Launcher, wenn du magst. Und die neue Granate. Das ist ja mal heftig. Nimm sie dir direkt mit. Zack, zack. Nate-Launcher nehm ich auch gern mit. Brauch ich nur noch eine andere Schuss. Den einen genockt. Knock, knock. Knock, knock, knock. So. Yeah. Okay, beide. So, da ist noch mal... Hast du noch Raketen übrig? Ich kann dir... Ja, 13 Stück. Ich kann dir meine Sniper-Schuss geben. Aber ne, spiel du ruhig mit der... Ja, ich hör noch ne Truhe. Ja, die ist hier drin. Um die Ecke links, glaub ich. Hier zweite Tür und dann hier. Hier hinter der... Links da. Hier sind meine Sniper-Schüsse. 18 Stück. Oh, danke dir. Brauchst du... Ah, warte, ich... Ich kann eigentlich nicht so mitnehmen, obwohl... Warte, ich nehm jetzt einfach den Schlürf dran. Der könnte ich im Notfall hier lassen, aber das ist nicht so geil. Würde ich gerne mitnehmen. So, danke dir. Ich geh noch hoch und hol noch den... Ich glaub nämlich da oben... Den haben wir noch nicht geholt. Oder nehme ich jetzt statt der Minigun... Äh, statt der... Statt den Granaten, obwohl... Nee, fünf neue Granaten hab ich. Nämlich die damit. So, das sollte jetzt passen. Pulsgranaten. Bei Minigun wär natürlich fürs Finale wieder klasse, aber na gut. Weil nicht. Spielst du auf PS4? Ja, ganz viele Leute spielen das auf PS4. Ich glaub auch du hast du mal auf PS4 schon gespielt, oder? Ich glaub auch mal ausprobieren. Wie findest du das so? Dauerlich gut. Also ich konnte mindestens genauso gut wie am PC auf der PS4 spielen. Und das obwohl ich die PS4 Version da noch nicht wirklich kannte. Das waren meine ersten Rundsaison. Das war genauso gut wie am PC. Das ist irgendwie... Merkwürdig. Man hat da auch, glaub ich, so ein bisschen Auto-Aim. So ein ganz bisschen. Ja, man hat so Aim-Assist und sowas. Und die Gegner können natürlich auch nicht... Ja, hab ihn. Nice. Ich kill seinen Mate. Warte. Schieß einfach genau auf ihn. Ich hab ihn getroffen bei ihm. Hab ich nochmal getroffen? Okay. Der ist richtig low. Ja, komm dann. Den holen wir uns. Äh, nee, aber ich hab auch... Warte, warte. Ich hab ne Idee, warte. Ich hab ne Idee, was wir machen. Ich hab ihn nochmal getroffen. Also viele Herzen hat er nicht mehr. Fuck. Das wollte ich gar nicht machen. Das wollte ich gar nicht machen. Was jetzt passiert? Ich wollte was cooles machen. Nein! Ah, Mann ey. So langweiler. Hab ihn. Schön. Ich hab gehört, man kann auch als PS4-Spieler mittlerweile mit den PC-Spielern... Ja. Ja. Das geht wirklich. Weil vor allem, weißt du, woran du das siehst? Äh, es gibt... Hier. Oh, gut. Also, manche laufen hier mit Auto-Aim lang und manche nicht. Was soll das? Ja, aber du bist als PC-Spieler, dann denk ich trotzdem besser. Ja, man hat, glaube ich, mit der Maus auch ein bisschen besser. Es ist auch schwieriger mit dem PC. Also, du hast halt Auto-Aim auf dem... Aber... Es ist ja trotzdem cool, dass man das auf der PS4 überhaupt spielen kann, ne? Auf jeden Fall. Pass auf, die Beine kommen, ne? Äh... Und zwar... Hast du schon mal diesen Skin gesehen, der so ne blaue Mütze hat? Der ist so ein bisschen blau und ist so ne Frau mit ner blauen Mütze? Äh, kann sein, ich... Ja, ich... Gibt jetzt einen neuen Skin. Und zwar, das ist ein Playstation-Exklusiv-Skin. Und zwar ist das, glaube ich, wenn du halt als Playstation-Spieler mit nem Freund, der auf PC-Spielen zusammenspielt, dann kommst du in ne PC-Runde. Weil, wär ja unfair, wenn du nen PC-Spieler in die Playstation-Runde packst, der gewinnt ja da jede Runde. Ja. Und, äh... Dann spielen die quasi hier mit. Und du erkennst sie halt daran, dass sie diese blaue Mütze haben. Was? Oh Mann, hab ich aber im Spiel noch nie wirklich... Muss mal gucken. So viele sind es auch gar nicht. Aber, äh... Ab und zu... Ich kann dir mal sagen, wenn ich einen sehe. Okay. Okay. Na, das wäre ja witzig. Okay, weiß ich... Bescheid. Das finde ich irgendwie krass, dass das geht. Ich hab schon neun Kills und, äh, noch zwölf Gegner. Leute, die Runde gewinnen wir. Neun Kills? Alter, du räumst da richtig auf. Ich hab hier drei. Ne, ne, ich hab gesagt, wir haben neun. Jetzt kann man sich... Ich hab sechs und... Du hast drei. Komm, die Runde. Hier wollen wir hier ein wenig... Oh, links. Da links seh ich ihn. Wo ist er? Er hat uns noch gar nicht gesehen. Jetzt hat er uns gesehen. Ja, hast... Hast du den Sniper? Hau mal rauf. Ja, ich hab gerade eben schon gesnipert und ich hab mich gewundert, dass ich ihn nicht drunter. Na, gib mir deinen Schlüssel, Kollege. Ja, nochmal getroffen. Der hat keinen Panzer mehr jetzt. Und da oben hinten ist ja auch noch welche Richtung. 95. Mhm. Ja. Oh, die schießen schon. Oh, ich hab ja den Granatwerfer. Aber geht der bei genug überhaupt? Ja. Hab einen genockt. Was? Warte, warte. Ich muss mich hin. Er hat mich richtig gut gedamaged mit der Nate. Kannst du den einen finischen links? Vorsichtig? Ja, gleich. Okay. Ich guck mal. Ich guck mal, dass niemand von hinten pusht. Aber das sollten wir schaffen. Ja, auf jeden. So. Äh, ich mag Pizza. Ich mag auch Pizza. Ich hätte jetzt gerne Pizza. Genau. Pressure ihn einfach. Dann darfst du ihn mir auch nicht zu einfacher machen. Der hat die ganze Zeit gleich einen Spot da bei sich. Hab ihn. Wo ist denn sein Kollege? Oh mein Gott, ey. Alter, was war das? Wenn ich jetzt auf Twitch wäre, würde ich sagen, Leute, clippt das unbedingt. Aber... Willst du den Nate-Launcher austauschen gegen den... Guck mal, hier ist noch ein kleiner Tank. Ich geb mir den großen. Hier ist noch ein Nate-Launcher für dich und ein kleiner Tank. Oh, yeah. Und die Border kommt jetzt auch gleich. Hier hast du noch ein bisschen Schuss, wenn du die haben möchtest. Und hier sind noch kleine Tanker. Nehm ich mir was mit. Hier, warte. Einen kleinen Tank geb ich dir. Ja, ja. Dann geb ich dir aber lauf lieber erstmal. Weil... Dann tauschen wir die gleich. Ja, warte. Wie hast du den gekillt gerade mit der Sniper, ne? Ne, ich hab mit der Sniper das kaputt geschossen. Und ähm... Mit einem Schuss ihn dann getötet von der Rifle, weil er vorher schon so gedämtcht war. Geil, geil, geil. Das sah voll cool aus. Oh, und auf einen Loot-Drop. Auf den Weg für uns, Leute. Schreibt mal einen GG rein, Leute. Mach kurz mal hier mit. Und was war drin? Oh, ne Golden Ska. Du hast schon eine, oder? Die hab ich ja vorhin schon... Ja, ich hab schon. Okay. 600 Schuss für die Golden Ska. So muss das laufen. Du hast neun Kills und du hast drei. Okay. Jetzt stimmt das von eben. Ich hab nur dir die Zukunft geschaut. Ja. Ich hab in die Zukunft geschaut. Stimmt, du hast in die Zukunft geschaut. Ich hab ja was anderes gesagt. Stimmt, du hast in die Zukunft geschaut. Genau. Okay. Was wollen wir hier festhalten? Welche... Waage? Ich hab hier oben auf dem Berg. Bauen wir schon welche. Okay. Sechste Leute noch. Da oben... Man, ich hätte auch gerne einen Sniper. Na ja, einer muss immer der Rakete. Da lag noch einer, oder? Lustiger, ey. Ey, ich lag noch eine Sniper. Okay. Aber ich hab noch die Granate. Da steuer ich den mit raus. Und ich hab noch ein... Äh, hier Dings. So ein Geistes. Jump Pad. Ah, okay. Das ist natürlich geil. Kann man doch... Hast du die Granate mitgenommen? Okay. Ja, die hab ich schon die ganze Runde dabei. Wenn ich das schon im Titel stehen habe, dass ich es feste... Achso. Ja, okay. Verständlich. Dann muss das... Oh, der... Der Zielschlag hat uns gleich in der Kopf. Ja. Was? Zur Hölle. Alter, alter, alter. Ich darf mich mal kurz wieder healen. Lalalala. Komm mal mit der Rakete rauf. Die haben halt High Ground. Das ist eigentlich ziemlich scheiße für uns. Eigentlich sollten wir gar nicht gegen die Fighten. Wir könnten hochfliegen. Oh, sie kommen schon so ein wenig. Ich hab sie... Schon da runter gehauen. Guck mal. Der Base ist schon mal Schrott von denen. Wollen wir... Hm. Wollen wir mit dem Jump Pad da hoch? Aber das reicht nicht, ne? Wir kommen nicht so hoch damit. Ach du Kacke. Guck mal. Ich glaub... Jetzt muss... Jetzt muss ich glaub ich schnell gehen. Hast du noch was für hin? Ne. Ja doch. Ein paar Verbände. Ich geb dir hier ein... Dings da. Ja. Vielleicht selber mal hoch bauen. Eigentlich so eine kleine Burke. Eles machen wie einfach raus. Das ist ja... Brauchst du noch... Äh... Hier. Wir haben noch 2. Perfekt. Okayo... Lass uns einfach weglaunchen, oder? Okay Ich weiß nicht... Von hier... ... noch irgendwie erhöhen, oder so? Warte. Ach, wie kann man das nicht bauen? Ja, leicht erhöhen. Warte. Ach du. Genau. Und jetzt... Warte. Ich baue hier. Okay? Okay. Oh, nee, warte, warte. Nicht, 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 nicht. Oh, nein, 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 nein. Es ist schon zu spät. Es steht schon drauf. Wir müssen die Decker bauen. Ja, wollte ich ja. Ach so. Okay. Nachladen. Okay, go, go. Wohin? In Richtung Border. Da oben bauen sich auch Leute. Einfach hier hin. Stimmt, wir waren ja überhaupt nicht in der Border gerade. Hast du uns hier lang? Ja. Wir waren ja sowas von gar nicht in der Border. Ja, deswegen. Das war jetzt gut, dass du das Lounge-Band hattest. Das ist halt uns gerade gerettet. Lass uns hinter den Bus gehen, oder? Oh, guck mal, hier ist noch nicht gelooten worden. Da liegt unser Heal. Unser neuer Heal ist hier drin. Ja. Sehr gut. Die Backsteine, die kann man sich jetzt healen. So, die bauen sich da auch schon wieder ordentlich Apparate. Hier ist noch eine Truhe auf der anderen Seite. Hier oben drauf. So. Oh, nice. Sehr gut. Loser Schlürf dran, geil. Der ist wirklich gut. Okay, jetzt haben wir hier High Ground. Jetzt können sie aber mal gucken, wo der Pfeffer wächst. Kommt dran. Kommt dran. Wir haben Raketen für jeden hier in der Runde. Okay, lass uns erstmal noch nicht schießen, so dass wir, nur wenn wir halt wirklich sicher Kills machen, kommen, genau, dass sie erstmal nicht wissen, dass wir hier sind. Dann mal gucken, wenn die Border vielleicht ein bisschen Glück glücklich zu uns kommt. Okay, warte. Das war ein bisschen zum Auflockern, weißt du? Man muss ja einfach... Okay, ja. Schultern auflockern. Genau warm werden, dass man keine Verletzung bekommt im Kampf. Okay. Jetzt bin ich fit. Okay. Okay. Ja, die Border ist sogar gar nicht so schlecht. Okay, da drüben schießen die. Haben die gerne in die Sniper hätte. Warum habe ich die nicht mitgenommen? Oh, da laufen die. Die würde ich ja jetzt gerne töten, bevor sie den Eindruck haben. Oh. Na, komm raus aus seinem Versteck. Was macht der denn da? Okay, einer läuft zu uns. Achtung, pass auf, die Slipen auf dich. Ja. Oh, woher kommt es hier? What the fuck? Oh, ich hab... Gas nach, gas nach. Okay, geht der Kuh lieber. Ja, alles gut. What the fuck? Jetzt haben wir uns so ein bisschen in den Mittelpunkt gebracht irgendwie. Ja, habe ich auch das Gefühl. Wir brauchen auch Raketen. So, das ist gar kein Problem. Wo sind die weg? Die laufen unten irgendwo. Da hinten sind sie gerade. Oh, sie gucken da so schön gerade raus. Guck mal. Oh, einer kommt im Jumphead. Sie boosten. Okay, sie pushen. Ich hab den eingenockt. Ja. Sehr gut. Mann, ärgern die sich gerade. Wie konnte es sein? Okay, noch zwei Leute. Und noch eine goldene Scar. Oh ja, sie muss hier liegen bleiben. So symbolmäßig. Und eine Miligun. Geil. Ich glaube, da pushen die. Da pushen die. Da pushen die. Der ein. Wo ist der andere? Tschüss, mein Freund. Oh Mann. Die Border werde das schon machen. Ist der unten. Also eine Rakete hätte ich gerne noch, aber naja. Doch, geht noch. Zack, danke. Da unten ist er. Warte, ich gehe mich. Oder machen wir jetzt einfach so. Tschüss, mein Freund. Wo haben wir da noch eine Rakete machen können? Nice. G, G. Hey, wie viele Kills? G, G5. 5 und 11. Alter, 16 Kills, Leute. Hashtag win. Ich muss um 9. Ehe nochmal weiter. Einen Freund abholen. Vielleicht mache ich später nochmal den Stream an. Aber jetzt gleich muss ich schon wieder los. Und das passt gerade super mit dem Win. Perfekt. Dann ist so ein geiles Ende für den Stream. Richtig, richtig.